2014 ist es wieder soweit. 6 Jahre nach Smash Bros. Brawl lässt Nintendo die größten Stars der Game-Geschichte erneut in ein epischen Turnier gegeneinander antreten. Erneut dringen Veteranen und absolute Smash-Neulinge um die Krone des ultimativen Kämpfers. Und ich lade euch zu diesem Anlass ein, mit mir Smash Bros. Wii U am 7. Dezember zu zocken. Jeder, der mag und mich auf der Wii U geedit hat, kann am 17.30 bis 19.00 Uhr an der Keilerei der Besten teilnehmen. Jeder gegen jeden Zufallstages mit Items. Möge der Beste gewinnen.